Ich bin Melanie und seit Januar in der GM Erleben Agentur. Ich arbeite zurzeit an einem neuen Stadtgutschein für Gummersbach. Ich bin Ansprechpartner für die Mitglieder der Innenstadtgemeinschaft. Mein Lieblingsplatz wäre mein Garten. Hi, ich bin der Uwe. Ich bin der Geschäftsführer der City Management Gummersbach GmbH, schrägstrich GM Erleben Agentur. Die Betreuung des Einzelhandels, der Gastronomie als Schnittstelle zu fungieren zwischen der Verwaltung, der Wirtschaft und meiner Familie. Mein Name ist Markus und ich arbeite seit März für das City Management. Der Bereich Event, außerdem mache ich bei der GM Erleben Agentur demnächst den Podcast. Mein Lieblingsplatz ist hinter meinem Schlagzeug. Die Betreuung des Einzelhandels Die Betreuung des Einzelhandels Die Betreuung des Einzelhandels